Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken. Was geht Leute und herzlich willkommen zum neuen Foodbrah-Video auf meinem Kanal. Leute, macht wie immer die zwei Likes voll, falls du nicht abonniert hast, wie immer kostenlos. Abonnieren, Glocke aktivieren und wenn ihr Bock habt, täglich dabei sein. Wäre nice. Ich danke euch vielmals. Schreibt wie immer rein, was euer Lieblings-Icon in FIFA 20 bislang ist. Ich denke mal, jetzt sollte jeder vielleicht alle mal gespielt haben. Ich bin gespannt, vielleicht auch nicht. Und Leute, vergesst nicht, checkt noch meine Songs ab. Ihr wisst es, meine Songs auf Spotify, iTunes, Amazon Music, Google Play und so weiter hören. Till FIFA Gaming heiße ich überall, YouTube natürlich auch. Hört euch die Songs an, Leute. Gebt dem Ganzen eine Chance. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht nicht. Ja, würde ich mich freuen, wenn nicht. Ist natürlich auch nicht schlimm. Ist ja Geschmackssache. Ich danke jedem, der dem Ganzen eine Chance gibt und reinhört. Und ja, vergesst nicht, immer auf Dauerschleife hören, Leute. Beim Zocken, Tag und Nacht, durch Streamen, einfach im Hintergrund immer die Musik laufen haben. Ich will es doch hoffen. Und Sound muten, damit das Ohr nicht wegplatzt, ne. Ich will es doch hoffen, Leute. Wir starten ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Leute, hört euch gerne meine Songs auf Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen. Until FIFA Gaming heiße ich dort. Oder auch MrBeer, ihr wisst Bescheid. Hier sind alle Songs. Jeden Donnerstag um 23.59 Uhr kommen die Songs hier neu online. Das heißt, ihr kriegt die Songs hier auch schon immer vor den YouTube-Videos. Das heißt, geht schon mal gerne vorbei. Hier sind Songs online, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Zieht sie euch rein, klickt irgendeinen Song an und macht hier unten rechts dieses Dauerschleife-Symbol an und pumpt den Song die ganzen Tag, die ganze Nacht durch. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, macht ihr einfach euer Handy leise, den Sound leise und lasst den Song weiter den ganzen Tag und die ganze Nacht durchballern. Ich hoffe es doch. Okay, was haben wir für Formationen, Alter? Shit, 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 shit. Wir müssen eigentlich 4-5-1 mitnehmen, damit wir wenigstens... Oder die hier. Ah, wir nehmen mal 4-5-1 mit, damit wir wenigstens linkes und rechts Mittelfeld haben, weil sonst kannst du mal komplett vergessen. Messi ins rechte Mittelfeld. Naja, 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 ist okay. Ist in Ordnung. Aber, naja, wohl doch. Im rechten Mittelfeld gibt es zwar auch Sancho mittlerweile und sowas. Ist schon in Ordnung. 98 Tempo Morera. Mariano haben wir noch am Start. Ist als Brasilianer mal ein bisschen leichter zu linken. Nehmen wir mit. Leute, wie immer? Checkt noch gerne meinen Shop aus, ne? Gönnt euch die Nice Designs, Leute, in Rot, Blau, Orange, Grün. Ich würde mich sehr freuen. Danke an jeden, der mich da mit dem Kauf unterstützt. Wäre fresh. Nice LED-Lampe noch am Start. Ihr wisst es ja, ne? Handyhöhlen ebenfalls am Start, Leute, ja? Handyhöhlen in Orange, Blau, Rot und Grün. Alles da. Was das Herz begehrt, Leute. Gratis Autogrammkarte gibt es noch dazu. Ich würde mich sehr freuen. Checkt's aus. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und wie immer, nicht vergessen, Leute, nice, Philipp Andersson, noch gerne meine Songs abchecken, Leute, ja? Songs gerne anhören auf Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube, wo auch immer ihr eure Musik hört. Till FIFA Gaming heiße ich überall, ja? Wer fresh, hört euch die Songs an, Leute. Nice Sache. Auf Dauerschleife, ihr wisst es. Immer beim Zocken Tag und Nacht durchpumpen, ja? Damit die eine Milliarde, äh, damit die eine Milliarde Streams vollgemacht werden, ne? Ich will's hoffen, Leute. Ich küsse eure Nacken. Danke euch. So, wir nehmen mit. Ich würde sagen, Juri, Letizia haben wir noch am Start. Erkin, 4 Team of the Season. Wir nehmen Juri erstmal mit. Ist, denke ich, mal der Beste. Von daher weiter geht's. In Verteidigung. Pepe, Kempel, Macano, Morillo, Lengley. Kempel, ja? Würde ich sagen, nehmen wir mit, Leute. Bislang nur 90er plus. Ah, nee, Juri. Ja, gut. Juri, Liga. Juri am 89. Kann man auch noch mit leben, ne? Juri 89 ist okay. Ich bin ja gespannt. 4-5-1. Oh, nice. Renato Augusto habe ich ja noch nicht so oft gehabt. Deswegen, mal schauen, Alter. Warum kommt... Renato Augusto kommt gerade gefühlt in jedem Draft. Das habe ich ja schon so oft gesagt. Es gibt immer so Phasen, da kommen manche Spiele halt immer. Wirklich. Also, du kriegst den Spieler quasi immer. Immer den gleichen. Jetzt bin ich hier fast, Alter, auf der Jung, Alter. Kriegst dann immer die gleichen Spieler irgendwie. Das sind ja diese Draft-Phasen, Alter. Mal schauen. ZOM habe ich auch nie so oft am Start. Oh, Requelme, Digga. Guck mal, ganz nice, mal neue Formationen am Start zu haben. Kriegst Spieler, die noch nicht so oft hatten. Das Requelme hatten wir zwar schon, aber nicht. Boah, der 5-Stellenskills, krass. Allerdings nicht als 91er-Version. Was ist das für eine Version? Die zweite? Oder die erste? Ich glaube, die müsste wahrscheinlich die zweite sein. Oder ist das die erste? Boah, ich weiß nicht. Nice, Alter. Nehmen wir mit. Requelme. Nice. Okay, Innenverteidiger, Toyota, ZOM und Stürmer. So ist der Plan. Wie wir weiter vorgehen. Das ist jetzt auch nicht so geil. Luis Felipe linkt hier. Das ist das einzig Gute bei Renato Augusto. Er spielt zwar in China, aber dadurch, dass er Brasilianer ist, kann man den wenigstens mehr oder weniger ein bisschen linken. Ja, wir nehmen mal Luis Felipe mit. Luis Felipe kommt an den Start. Toyota, ZOM und Stürmer dann noch da oben. Ter Stegen. Joa, Fresh. Lopez, Ruffier und Birkis noch im Start. Der Stegen hat gar keinen Trotz bekommen dieses Jahr, ne? Ich weiß gar nicht, Alter. Letztes Jahr hatte der einen, dieses Jahr nicht, ey. Keine Ahnung warum. Anscheinend nicht so stabil. Was ist das denn, Alter? WTF. Anscheinend nicht so stabil gespielt wie letzte Saison. Degar. 77 Pizarro. Ne, 78. Chichi ist der Beste. Nehmen wir den hier mit. Läuft. Beste Mann, Alter. 78er rated. Naja, egal. Ich würde mich freuen, wenn ich 78er rating hätte in FIFA. Also mal von, von daher gesehen. Boah, Martinez hat eine 94, Alter. Kranke Scheiß. Der ist auch heftig, ne? Der macht doch jede Saison 30 Tore, Alter. Mindestens. Der hat auch je, ich glaube der hat seit vier Jahren jedes Jahr in Folge, ähm, diese Racketbreaker Karte bekommen in der MLS. Der hat jedes Jahr einen neuen Torrekord aufgestellt. Ich weiß nicht, wie viele Tore der dieses Jahr gemacht hat. Aber das ist gut, Alter. Wie alt ist der? 93. Der ist noch gar nicht so alt, Alter. Na gut, 27 mittlerweile. Aber das geht, Alter. Vielleicht, wo war der denn vorher überhaupt? Ist schon ein bisschen länger. Ich glaube schon so drei, zwei, drei, vier Jahre ist der schon da, ne? Wo war der denn vorher, Mann? Vielleicht kommt er nochmal zurück hier in die europäischen Top-Ligen. Wer weiß. De Bruyne und Salvio haben wir am Start. Das Ding ist, Salvio können wir halt wieder nicht einbauen. Wäre aber fresher als 94er Tots. Wir nehmen ihn immer mit, ey. Wir können ihn eigentlich doch einbauen hier für Messi. Aber wo ist ein Messi, Alter? Na toll. Geil, Alter. Messi kommt dann erstmal hier rein. War jetzt auch nicht so mega, sag ich mal, der Wechsel. Aber okay. 92 Chemie ist okay. Bräuchte noch ein paar Icons für die Chemie. Cristiano Ronaldo haben wir stattdessen erstmal. Der auch chemietechnisch, wir nehmen ihn mit. Aber so gut wie gar nicht einzubauen ist. Also ich sag mal so. Der Kollege Martínez ist schon schwer einzubauen, ne? Er spielt MLS. Aber Ronaldo Serie A fast genauso schwer einzubauen. Ohne Scheiß. Wir brauchen am besten noch eine ZOM-Icon. Weil dann ist egal, wen wir im Sturm haben. Am besten noch... Uh, ziehe ich. 96. Läuft, Digga. Glaube ich auch noch nicht am Start gewesen. 96er ziehe ich hier bei uns. Die Maria wäre ich auch schon damit zufrieden gewesen. Nehmen wir, ziehe ich mit. Das ist ja laufig. In letzter Zeit in den Drafts kommen viel zu viele Spieler aus verschiedenen Ligen. Beziehungsweise, es liegt glaube ich gar nicht daran. Aber es liegt einfach daran, dass so ein Zierich dann eine 96 hat. Und dann nimmt man so einen Typ natürlich einfach mit in sein Team. Ist ja ganz normal, wenn er 96 hat. Aber 93 Bewertung, by the way. Ist ja ganz normal. Du kannst ihn halt nur komplett null einbauen. Weil er halt Ehredivise spielt. Ihr wisst, wie ich es meine. Aber du nimmst ihn natürlich trotzdem mit. Lala haben wir am Start. Nächste Liga. Und zwar Liga A. Guck mal, wir haben La Liga. Wir haben Liga A. Wir haben Ehredivise. Wir haben MLS. Wir haben chinesische Liga. Wir haben argentinische Liga. Wir haben so viele Ligen am Start. Wegen den ganzen Team of the Seasons. Weil man die halt dann doch einfach mitnehmen will. Wir packen erstmal Juri raus. Schauen wir mal. Vielleicht kommen wir auf 94. Leider nein. Leider gar nicht. Bislang. Schade, schade. Schade, schade. Kommen wir nochmal an Icon. Overmars. Fresh. Ich sag mal so. Eine ZOM-Icon wäre mir lieber gewesen. Aber ist jetzt auch nicht so schlecht. Packen wir erstmal Messi ins Tor. Neuer Torhüter. Messi neuer Keeper ab sofort, Leute. Bester Keeper überhaupt. Ah, Digga. Was sind wir? Können wir eigentlich nicht gebrauchen. Hernandez vielleicht sogar auf der Innenverteidigerposition. Obwohl wir haben Luis Felipe und Kempel. Hm. Bappé würde uns auch nicht viel bringen. Deswegen. Wir nehmen mal ein Nannes mit. Der würde Lala immer in den Linken. Also. Weiß ich nicht, ey. Oh. Oh. Oh, Digga. Dybala. 94er Team of the Season. Dybala auch noch nicht am Start gehabt. Sehr, sehr nice. Link schon mal. Requelme wenigstens grün. Schon mal nicer. Wir haben jetzt Ronaldo. Oh Mann, ey. Kann Dybala nicht einfach ZOM sein? Ey. Das gibt es doch nicht, ey. Ey. ZOM wäre halt zehnmal besser. Aber. Was ist, wenn wir das so vielleicht einfach machen? Wo ist Ronaldo? Ah ja, hier. Digga. Okay. Immerhin. Warum kann Dybala nicht ZOM sein? Es wäre so schön gewesen, ne? Dybala ZOM. Wäre schon echt sehr, sehr saftig gewesen. Aber leider nein. Leider gar nicht. Der Raxler haben wir noch am Start. Der uns auch nichts bringt. Gerard Moreno gibt es als Tots. Kriegen wir natürlich nicht. Korrekt, Digga. Was will man mehr? Wir nehmen erst mal Draxler mit. Obwohl wir Gerard Moreno jetzt eh nicht mehr kriegen können. Hätten wir vom Ding auch. Doch, da ist er sogar noch mal. Wir hätten ihn doch sogar noch mal auf einer Position kriegen können. Hier ist er sogar noch mal als bessere Version. Naja, bringt uns auch nicht viel mehr. Oh, Tonali. Warte mal. Tonali ist wichtig. Tonali ist wichtig. Eigentlich hier auf der Position für Dybala. Weil der immer in Serie A spielt. Wir bräuchten eigentlich noch eine Mittelfeld-Icon. Aber die können wir nicht mehr bekommen, weil jetzt kommen nur noch Defensive-Spieler. Wenigstens noch eine Icon in der Defensive. Das wäre saftig. Sergio Ramos haben wir am Start. Ter Stegen. Das ist schon mal ganz nice. Da nehmen wir Sergio Ramos mit. Letzten beiden Spieler. Ich glaube, Polen Chemie, ehrlich gesagt, wird kritisch. Angelinho. Da hätten wir unseren Linksverteidiger Ramos linken würde. Das ist gar nicht so verkehrt. Zack. Wir tauschen mal ganz kurz, Leute. Und dann wollen wir mal sehen, wie die Chemie gleich aussieht. 95 immerhin. Ja, gut. Ist ja mal so. Renato Gusto. Der wird, glaube ich, niemals reinpassen. Aber okay. Kann man nichts machen. Ah, scheiße. Wir haben auch keinen anderen. Müssen wir erst mal hier. Ren. Ah. Fidel. Ah, wohl nicht. Ich glaube nicht. Ah, Mann, Alter. Das gibt es nicht. Ich glaube, mehr können wir auch gerade nicht machen. Warte mal. Ich habe Juri, Digga. Warum stelle ich Angelinho mit 79 dahin? Scheiße. Hätten wir vielleicht... Okay, sind wir auf 93. Da hatten wir nämlich eben auch noch einen Rechtsverteidiger. Hätten wir vielleicht sogar einen Rechtsverteidiger mitnehmen können. Aber zwei Chemie-Punkte... Digga. Dein Scheißernst kommt wieder der verdammte Silberspieler auf der Bank, Alter. Egal. Wir können mal schauen. Wir könnten diese zwei Chemie-Punkte, auch wenn es dieses Jahr kritisch ist... Ihr wisst, selbst zwei Chemie-Punkte, was früher eigentlich immer Standard war durch Manager... Früher war eigentlich so vier... Vier, fünf Punkte durch Manager immer Standard. Mittlerweile kriegt man maximal zwei, Alter. Wenn es gut läuft, muss man mittlerweile sagen, kriegst du drei Chemie-Punkte. Aber schon wirklich, wenn es sehr, sehr gut läuft. Aber wir gucken mal, Leute. 92er-Wertung. Ein paar Spieler leider zu schlecht gewesen vom Rating her. Wir kriegen... Einen. Das war es auch wieder. Ohne Scheiße, das macht gar keinen Bock, ey. Man kriegt immer... Ich weiß nicht, warum, ne? Ey, das ist so komisch mit den Managern dieses Jahr. Das ist wirklich so komisch, ey. Hat echt keinen Sinn, Alter. Die Drafts... Irgendwie dieses Jahr nicht mehr so viel Sinn wie letztes Jahr, aber egal. Das war es, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, ne? Falls du nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glock aktivieren, täglich einschalten nicht. Ich hoffe, ihr seid täglich dabei, wenn ihr Bock habt. Checkt auch noch gerne meinen Shop aus, ne? Gönnt euch die Nice-Designs in Orange, Blau, Rot und Grün. In den vier Farben. Kissen, Tassen, Turnbeutel. Nice. LED-Lampen am Start. Boah, scheiße. Handyhüllen fast runterfallen. Handyhüllen auch am Start, Leute. In Rot, Orange, Blau, Grün. Alle Farben am Start. Die dann abchecken. Gratis. Autogrammkarte gibt's immer dazu. Also checkt's aus. Und hört euch noch gerne meine Songs an auf Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube. und so weiter und so fort. Till Fifa Gaming heißt überall. Schaut gerne vorbei. Checkt's aus. Ich würde mich sehr freuen. Wäre geil. Ich danke euch. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Haut rein und ciao.